ja wir sind noch immer hier aber aus dem grund weil jetzt doch sehr erfolgreich war zum schluss und deswegen gebe ich hier noch eine chance ja krass abgehakt aber abgehakt hochwald hochwald und eventuell da in die berge werden uns dann noch hauen früher oder später werden wir trotzdem zurück genauer chance nimmt mich dadurch mehr mit aber hier haben wir halt auch dichter im wald finde ich ja und jetzt ab natürlich ist okay für mich in diese richtung einfach dichter im wald und ich möchte auf alles vorbereitet sein in afrika es gibt auch in afrika dichtes busch berg also du es nicht ich hoffe noch nicht dass es so wird wie in transsilvanien ich bin und mich Kurzer Ausblick auf den Schlag, aber da war nichts zu sehen. Was haben wir hier? Hier, Braunbär. Ja, kein Knicky-Knacki. Ohne Knicky-Knacki schwer Tiere finden, aber wird noch kommen. Schaut lustig aus. Das flimmende. 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 Aber jetzt ist wieder ruhig. schauen wir mal ob wir nicht dann in der folge schon in die berge switchen wir gehen noch bis zur markierung dann könnten wir noch in die berge switchen einfach nur um das erlebt zu haben hier ist wieder kein knick knack über eine offene fläche steht nicht ja gut es interessiert mich genauer nur kummer josef aber es hat wenigstens was gerufen hier wird auch der dachs wieder sein alles nach rechts gewandert nah mir das gut hier schwebchen Oh! Hat er aber jetzt erschrocken sogar. Okay. Hm. Hm. Rotisch sehr empfindlich, merke ich schon. Ähm. Wir gehen einmal da jetzt gerade raus, schauen wir ob wir sie nochmal hören oder sehen. Das war halt gleich à la mia. Das war auch kein Chemnachsen dabei. Also sie haben sich nicht bemerkbar gemacht. Hm. Knachsen aber war zu kurz anscheinend. Oder? Was wir jetzt hier nicht auffinden konnten. Hm. Ich bin auch sicher in den Wald gelaufen. Schwer jetzt nicht sagen wo sie hin sind. Schwer. 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 Anfänger. Schwer. 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 Schnelle. Eieiei. Konzilvanen mag mich nicht. Ich brauche einen Knacks, liebe Leute. Tiere. Tiere im Wald. Ich brauche einen Knacks, aber das Knacks ist bei uns darüber. So. Da oben ist nach vorne. So. Wir gehen in die Berge. Wir lassen uns hier einen Punkt. Und das werden wir jetzt die letzten Minuten in dieser Folge machen. Das Ziel ist es, eine Knacks zu finden. Nicht zu schießen. Zu finden. Weil... Jetzt ist ja schon wieder... Puh. Bäume fliehen man leicht. Hier ist es besser. Na ist es auch. Das ist besser. Untertitelung des ZDF, 2020 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 60 bis 80 Meter. Genau hinter diesen Felsen natürlich. Da gehts. Einzel anscheinend, überwegs. Würde ich halt jetzt trotzdem nehmen, um die Transilvane damit erschrocken. Ich pack das nicht. Das gibt's nicht. Na, das soll nicht sein hier. Die Karte mag nicht. Gut, jetzt habe ich die Lust ein bisschen verloren. Auf heute Session Ende. Nächstes Mal sehen wir uns wieder in einer der amerikanischen oder kanadischen Karte. Muss ich mir überlegen. Bis dahin. Macht's gut. Ciao. Baba. Danke. Ja. We'll see you. Tschüss. Tschüss.